Weißt du, was ich liebe? Haken machen. Na, auf meiner To-Do-Liste. Heute kommt ein Techniker der NetCologne vorbei und damit der direkt loslegen kann, muss ich noch ein paar Sachen vorbereiten. Welche? Das zeige ich dir jetzt. Als erstes suche ich meine Unterlagen heraus. Auf dem Vertrag stehen alle Infos, die der Techniker eventuell braucht. Und dann noch das WLAN-Passwort. Ich habe es geändert. Das unter dem Router stimmt nicht mehr. Den Hausmeister habe ich auch schon gebeten, den Raum zum Anschlusskasten zu öffnen. Und jetzt noch schnell diesen Schrank hier zur Seite. Und schon kommt der Techniker an den Telefonanschluss. Und zack, ist die Liste abgehakt. Na, alles gemerkt? Wenn nicht, findest du unter dem Link in der Infobox nochmal alle Infos, wie du einen Techniker-Termin perfekt vorbereiten kannst. Ah, da ist er auch schon. Ich gehe mal aufmachen. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib sie auf jeden Fall in die Kommentare. Lass auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wir sehen uns. Bis bald. Ich komme, Moment. Bis bald. 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 Vielen Dank.